Ja gut, ich habe mir jetzt eine Woche Auszeit gegönnt, aber das hängt damit zusammen, dass ich zuhause ein paar Sachen habe, die ich leider nicht ansprechen darf, denn sonst könnte was ganz ganz blödes passieren. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr Verständnis habt, dass in nächster Zeit dann eben auch die Videos da und da leider leiden werden, geile Überleitung, aber trotzdem möchte ich mich nochmal bedanken für die letzte Unterstützung, weil mein Ziel ist es immer pro Video jetzt 100 Aufrufe zu erreichen und ja, das schaffen wir ja, ne? Gut und heute gehe ich erstmal nochmal zum Training und am Wochenende ist schon mein erster Chili-Einsatz und das könnte sehr interessant werden. Übrigens, by the way, 800.000 Aufrufe haben wir geknackt. Wenn wir die eine Million knacken, dann mache ich Houseparty aber richtig fette. Da sind dann 934 Leute eingeladen, ja moin, nicht Spaß. Okay, trotzdem danke für die Unterstützung nochmal in letzter Zeit. Haut rein. Bis in der nächsten Woche. Lul, bis bald und ciao. Bis bald. to pourrait